Praktikum Physikalische Chemie Konzentrationskette Eine Konzentrationskette ist eine galvanische Zelle, bei der elektrische Spannung entsteht. Sie besteht aus zwei Halbzellen, dem Anoden- und dem Kathodenraum, mit unterschiedlichen Konzentrationen einer Metallsalzlösung. Die beiden Elektroden bestehen aus gleichem Metall. Als Kathode wird die Elektrode bezeichnet, an der die Reduktion stattfindet. Als Anode entsprechen die Elektrode, an der die Oxidation stattfindet. Die beiden Halbzellen haben die Tendenz, die Konzentration anzugleichen. So entsteht eine messbare Spannung. Die Leerlaufspannung oder auch elektromotorische Kraft, EMK, kann als Differenz des Kathodenpotenzials minus des Anodenpotenzials berechnet werden. Das Zellpotenzial einer galvanischen Zelle ist durch die nörzliche Gleichung gegeben. Wenn die Elektrolytzusammensetzung beider Halbzellen die gleiche ist, ist das Standardpotenzial gleich 0. Die Aktivität der Ionen sollte Alpha, kann näherungsweise mit dem Dibbeihückelchen Grenzgesetz berechnet werden. Für den Logarithmus des mittleren Aktivitätskoeffizienten ergibt sich diese Formel. Das Löslichkeitsprodukt von einer bekannten Silber-Ionen-Lösung und einer gesättigten Silberchlorid-Lösung wird durch diese Formel berechnet. In diesem Versuch werden die Zellpotenziale von sechs verschiedenen Silberchlorid-Konzentrationsketten mit einem Potentiometer gemessen. Die Zellpotenziale der Konzentrationsketten werden anschließend zur Verwendung der Konzentration und der Aktivität berechnet. Zuletzt wird das Löslichkeitsprodukt von Silberchlorid bei 25 Grad Celsius bestimmt und mit dem thermodynamischen Wert verglichen. Für die Versuchsdurchführung wird benötigt ein Thermostat bei 25 Grad Celsius, ein hochohmiges Potentiometer, Messkolben für die verschiedenen Konzentrationen, Bechergläser, Stromschlüssel und Pipetten. Zunächst wird am Potentiometer der empfindlichste Messbereich 0,2 Volt gewählt. Das Potentiometer zeigt 0,0 Millivolt an. Aus einer 0,1 Molaren Silber-Nitrat-Stammlösung werden drei Verdünnungen hergestellt. Dabei ist wichtig, dass zu jeder Verdünnung eine saubere, trockene Pipette benutzt wird. Die genau aufgefüllten Lösungen werden geschüttelt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Topfen der Messkolben nicht verwechselt werden. Die so hergestellten Lösungen werden anschließend in ein Becherglas überführt und auf 25 Grad Celsius temperiert. Die Füllhöhe richtet sich dabei nach dem Füllstand des Wasserbades. In einem Becherglas wird eine 10%ige Kaliumnitratlösung gegeben. Zwei Stromschlüssel werden mit dieser Lösung gefüllt und mit einem Stopfen verschlossen. Die Stromschlüssel werden bis zur Verwendung in diesem Becherglas aufbewahrt und ebenfalls temperiert. Die Elektroden werden in die Halterung eingespannt und mit einem Kabel am Potentiometer angeschlossen. Die temperierten Lösungen werden in die richtige Anordnung gebracht. Das Becherglas mit der Kaliumnitratlösung steht in der Mitte. Links davon steht das Becherglas mit der niedrigeren Silbernitratlösung und rechts das Becherglas mit der höheren Konzentration. Die gereinigten Silberelektroden werden in die Silbernitratlösung eingetaucht. Dann werden die Bechergläser mit den Stromschlüssel verbunden. Der Schalter des Potentiometers wird eingeschaltet und die angezeigte Zellspannung notiert. Es ist eine effektive Messreihenfolge zu wählen, bei der die Bechergläser möglichst wenig getauscht werden müssen. Um das Flüssigkeitsprodukt von Silberchlorid zu bestimmen, wird mit einem Glasstab ein Tropfen der Silbernitratlösung in das Kaliumchlorid gegeben. Es fällt etwas weißer Silberchlorid aus. Die Elektroden werden in die Bechergläser gegeben und mit den Stromschlüssel verbunden. Der Messbereich des Potentiometers wird auf 2 Volt gestellt. Anschließend wird der Schalter auf ON gekippt und der Messwert wird aufgenommen. Kommen wir nun zur Auswertung. Die Leerlaufspannungen von 6 Konzentrationsketten wurden gemessen. Die Messergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Mithilfe des Deby-Hückelschen Grenzgesetzes wurden die Aktivitätskoeffizienten der verwendeten Lösungen ermittelt und in Tabelle 2 zusammengestellt. In Tabelle 3 werden die gemessenen Werte mit den Leerlaufspannungen berechnet aus den Konzentrationen und den Aktivitäten verglichen. Die Zellpotenziale werden mithilfe der Nürnzchen-Gleichung berechnet. Die Konzentration der Silberionen in einer 0,01 molaren Chloridlösung wurde aus der Leerlaufspannung einer Konzentrationskette ermittelt. Daraus kann das Flüssigkeitsprodukt errechnet und mit dem Literaturwert verglichen werden. Die statistische Auswertung ergibt sich aus diesen Berechnungen. Zuletzt wird das Deckblatt des Protokolls ausgefüllt. Signifikante Stellen sind dabei zu beachten. Flüssigkeitsprodukt 17-20 mal